Gnu! Ja! Ja links halt! Das ist rechts! Du sollst nach links! Ich bin doch nach links man! Nein! Du fährst gerade gerade aus! Du sollst nach links! Hey! Lass das Segel in Ruhe! Digga! Hier sind noch Kanonenkugeln! Nehmt ihr doch mit! Andy jetzt schreit es nicht so an! Wir sind doch alle noch Jungfrauen und müssen noch üben! Ja ich merk das! Der von Andy hat das erste Mal Jungfrau im Bett und schreit dir die ganze Zeit an weil sie nix kamen! Mike ist warum? Dann bin ich doch dabei! Dann bin ich doch dabei! Was? Was? Oh ich hab dich an! Ich hab dich an! Ich hab dich an! Ich hab dich an! Was? Das wurde zerbrochen! Was? Warum? Da bin ich doch endlich! Ihr wahnsinnigen Landratten! Wieso habt ihr das Licht am Schiff angelassen? Sollen die Piraten uns entdecken? Also Eddy mit deinem Mascara um die Augen! Das ist kein Mascara! Das sind Augenringe von der Seefahrt! Jahrelange Seefahrt! Lichtet den Anker! Ihr Landratten! Wir ziehen los! Sie sieht aus wie ein Schiff ne? Überlegt euch wer... Ah ne! Ihr überlegt euch das nicht! Ich überleg irgendwie das! Gnu! Ja! Du steuerst dieses Segel hier! Welches? Isis! Ja! Ein paar Sekunden später! Leute wir drehen uns im Kreis! Ja! Wo verständlich sind das? Von der... Mama Anker! Ah hier! An dem Rad! So! Wenn das Gnu nix zu tun hat, stellt sie sich bitte gerade in dem Moment vorne hin! Schafft mir easy! Oh oh! Oh oh! Sagt mir wenn Inseln oder irgendwas im Weg sind! So! Da war grad was im Weg! Warte ich geh mal reparieren ne? Voll die Profis man! Wir brauchen Planken! Wo sind Planken? Äh... Wir haben keine Planken dabei ne? Das fängt ja schon echt gut an ey! Oh nein es stürmt Eddy! Was machen wir jetzt? Käpt'n Eddy! Käpt'n Eddy hat sich gemutet! Also Geisterschiff oder Leuchterlichter? Geisterschiff! Den Eddy eigentlich... Den Michaelsen seit... Arschlich! Nur die Flachgurten! Ey! Das schaffen wir oder? Nee wir müssen nach rechts! Wir müssen nach rechts! Wir müssen nach rechts! Nein! Wir müssen nach zwei Lichtern jetzt! Ja okay dann links! Links! Oh mein Gott Leute! Oh oh! Michaels! Michaels! Wir schaffen das! Alles gut! Easy Leute! Was denn los mit euch? Ich hab Angst! Was... Oh das ist der Wäsch... Ich schick! Du 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 du... Du passt sich halt einfach an gell? Ich will einen Fischee haben! Ich will einen Fischee haben! Das ist richtig wie ein Schiff funktioniert! Oh hab ich schöne Handschuhe da! Gnu! Jaaa! Ich bin ein verkacktes Segel dabei aus! Ich wollte doch nur einen Fischee haben! Michaels auch! Ich brauch meine Proteine! Ihr verp animiertes Landraten! Ich lass euch gleich Kiel holen! Die ist das hat dich am angeln! Die ist das ich am angeln! Jaaa, was denn? Winkel oder Länge? Was hättest du jetzt? Ich hab dich am Haken, Eddy! Gnu! Ja! Stehst du denn mit einer Angel anstatt das Segel aus? Ich muss doch gerade mich ein bisschen selber erforschen, Eddy. Lassen wir doch mal die Zeit. Hey, lass das Segel in Ruhe! Digga, jetzt wird das die ganze Zeit nicht eingestellt. Und jetzt stellst du es um, oder was? Ich glaube, wir müssen das mal hier übernehmen. Ja, genau. Ja! Weißt du was? Mach! Nein, du machst. Gnu ist jetzt Kapitän. So Leute, wo soll es lang gehen? Gnu nach links. Links. Prost, man, Alter. Andere links. Was? Das andere links? Das ist rechts. Du sollst nach links. Ich bin doch nach links, Mann. Nein, du fährst gerade gerade aus. Du sollst nach links. Nein, Mann, ich lass doch mal dem Schiff Zeit. Das Schiff braucht Zeit, Mensch. Lass deine See sich immer weiter weg bewegen. Wir kommen irgendwie überhaupt nicht näher. Doch. Ja, ach nee, weil die Segel immer falsch eingestellt waren. Verrückt. Schön, dass Wasser aussieht. Dann hab ich doch gleich wieder Bock auf mehr. Na, Michaels, wie gefällt dir deine erste Seefahrt? Ihr müsst nämlich wissen, der Michaels ist noch eine Jungfrau. Jetzt ist es aus. Oh Gott, ich will, äh. Sehr schön. Darf ich ihr Gestell auswuchten? Ich muss nur wo manchen. Nein! Juhu. Warum nicht? Möcht dir vielleicht jemand bei den ganzen Inseln, die da jetzt vorne kommen, und den Steinen und, ne, hier so, klippen? Möcht da vielleicht jemand mal ins Steuer gehen? Ohhhh! Ohhhh! Swin ya! Love my babies! Was kann man denn da eigentlich mit einer Harpune abschießen? Gut, dass ich's grad erklärt hab. Die Kisten, die wir draußen haben. Es ist Sturm. Du musst an Steuer. Sonst regeln wir sonst... Der Nike ist doch am Steuer, oder? Ne. Ach ja, nein. Wir waren nicht am Steuer. Ach man Leute, ey. Also mit euch auf einer Eins am Insel möcht ich auch nicht sein. Also rechts, rechts, rechts. Weißt du, das Clou ist echt der einzige Mensch. Also Leute, ne? Wir werden sterben. Oh, da ist ein Schiff. Was? Tatsächlich. Michael ist halt rechts, rechts ist ein Schiff. Ja. Angreifen. Hin zum Schiff, los. Ja dann auf nach rechts, dann nach rechts. Los, weil ich gern steuere. Von Krawall. Töten. 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 Wir müssen ein bisschen bedrohen. Hat jemand irgendwie... Glashorn von euch? Ja, der Blasen gesagt. Michels, geh mal in die Kanone rein. Genau, klettern mal rein jetzt. Soll ich rein? Oh mein Gott. Nein! Ich hab die Kanonekugel noch in der Hand. Warte, ich komm mit. Halt dich mit auch rein. Alter, was denn jetzt? Ich hatte eine Anker geschmüllt. Warum? Damit wir von hier aus bombardieren können und dann Michels noch. Ja, das Schiff hat sich dabei gedreht und zweitens sind wir jetzt ein leichtes Ziel für die. Das war der schlechteste Angriff, den ich hatte. Das war richtig erbärmlich. Das geht nicht. Also die müssen... Oh nein, was macht ihr denn? Waaah, Eddy! Alter, Eddy, dein Ernst? Was ist denn los? Jetzt können wir doch alles wieder... Hallo, jetzt können wir alles rübertragen. Seid ihr dumm oder was? Eddy, Alter. Eddy tut uns doch so, wenn er das gewollt. Eddy, 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 Eddy. Hier sind noch Kanonekugeln. Nehmt ihr doch mit! Eddy, jetzt schreit's nicht so an. Wir sind doch alle noch Jungfrauen und müssen noch üben. Ja, ich merk das. Da vorne, Eddy hat erst mal eine Jungfrau im Bett und schreit die die ganze Zeit an, weil sie nix gab. Michael, du musst loslassen. Ja, klau dem das Wasser, das brauchen wir unbedingt. Also ich war als Erster auf dem scheiß Schiff und hab nichts mitgenommen. Michael! Ich bin oben, ich bin oben. Boah, Alter, ey, ohne Scheiß. Ich kann euch echt gut leiden, aber ihr seid einfach so dumm manchmal. So, ich kann doch einmal Kugeln holen gehen. Ich kann nur einen Kugeln. Michael, du wirst sterben! Ich komm, Michael! Was ist denn jetzt? Michael, er ist gestorben. Da ist Mixi-Boy, er wundert sich, wo sein Stift ist. Oh nein! Der Arme! Wo ist der denn? Nein! Komm, ich geh dir weg, Mann! Komm! Nein, lass dir doch leben, den armen Racker! Er schieß ihn! Nein, lass ihn doch aufs Boot! Er macht uns doch nur Stress! Er will hier hoch! Er will für uns hoch! Ja, lass ihn doch mal aufs Boot! Wo ist der denn? Da kommt doch grad hoch! Jetzt tut ihm doch mal nix! Hier, lass ihn doch mal! Winkt ihm mal! Komm, wir springen mal! Wir zeigen ihm, dass wir Freunde sind! Komm, ich spiele ihm was vor! Jetzt, Leute, hört auf! Das ist ein Trauerlicht! Ach, ihr habt ihn jetzt umgebracht! Wir sind Piraten! Ach man, ihr Assis! Wir sind Piraten! Wir hätten den mitnehmen können! Noch rüber springen, du? Ja! Jetzt springen wir rüber! Los! Okay, komm! Los! Let go! Ihr werdet die gut erreichen! Macht's gut, Idioten! Oh, manche Scheiße! Warte, nein! Das ist voll das eklige Gefühl! Michaels! Let it go! Let it go! Let it go! Wir bringen in den Box mit Bananen mit, Michaels! Komm, wir beide zeigen, dass es anders geht! Okay! Ich will eine Banane denen hin droppen! Komm, wir nehmen irgendeine Kiste mit und legen die denen hin! Das wäre voll toll! Wo sind wir denn jetzt schon wieder hin auf einmal, hä? Oh, da ist der Käpt'n! Oh, der schießt auf mich! Leute, auf Wasser! Was? Nimm das mit! Ich bin tot! Ich spiel'n Lied für dich! Ich hab' ihn erschossen! Ich hab' ihn erschossen! Bring' die Kiste mit! Dann sollten wir uns doch gleich verpissen! War da noch mehr? Da liegen noch mehrjungfrau-Dinger! Ich hab' mehrjungfrau-Stein! Wie kann ich denn den Stein wegschmeißen? Dann sag' ich mir schnell, wie ihn ihn ablegen kann! Nix machen, nix machen! Oh, schön! Äh, da vorne ist ein Schiff! Geradeaus! Oh! Hier! Ein großes! Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Das leuchtet! Ganz viele Steine! Ich glaub' wir werden sterben, wenn wir das machen, ne? Ich glaube auch, aber egal! Ja! Das ist ein Geisterschiff! Das ist ein Geisterschiff! Ja! Was ist denn mit dem sein? Sollen wir das hinterher schon noch versenken? Oh ja, komm! Wir machen das kaputt! Los, Michaels! Ab ins Wasser! Los! Komm! Wir fahren wieder! Alter! Jaja, steht ja dran! Das mit dem Rad! Das mittlere ist doch komplett... Die versuchen euch abzuschießen! Kann es sein? Ja, das hab ich gemacht, damit wir nicht hier mit Vollspeed irgendwo gegenfahren! Der Käpt'n Ruhm! Ich bin bei Käpt'n Ruhm! Der Käpt'n versucht uns abzuschieben! Wir müssen doch erst das kleine wegmachen, oder? Der Käpt'n Ruhm sieht mich! Arrrr! Nein, er schießt mich! Nein, er tätigt mich, der Mixer! Wo ist er denn? Ein links! Oh! Hilfe dem Bastard! Der ist da vorne, da vorne! Dieses Arschlauch! Der packt doch! Das ist einer! Ich weiß jetzt schon, wenn ich das nachher bearbeite, dann mach ich eure Köpfe überall so Fragezeichen einfach, wenn ich hier alleine das Schiff steuere! Unser Schiff ist voller Wasser unten, ne? Oh! Oh, Scheiße! Oh, Shit! Okay, Michael, du Wasser raus, ich repriere! Ja, ja! Scheiße, die haben uns ja dann schon hart getroffen hier, ne? Schneller, Michael! Schneller! Ja, es ist trocken! Es ist trocken! Die nasse Höhle ist wieder trocken! Komm, wir googeln! Komm, wir googeln! Jetzt warte! Moment, Moment! Und... Oh! Der... Oh, nein! Ah, zu kurz! Dings! Feuer! Feuer doch! Jetzt warte, muss hier das Bücher aufmachen! Lass nur das große Piratenschiff angreifen! Aber dabei irgendwelche Instagram-Stories kosten! Yeah, yeah, yeah! Ja, nice! Der hat gesessen! Ich hab keine Ahnung! Siehst du dieses lange Ding da hinten am Schiff? Ja? Jetzt würd ich voll gern Eddy in das Arschloch stecken! Boah, Alter! Wo ist denn Eddy? Nein! Wo ist Eddy? Da ist Eddy! Wo? Wo? Wo denn? Ach da, Eddy! Ich bin runtergefallen! Nein! Ich hab dir Anker geworfen! Ich glaub, ich hab unser Schiff in die Luft gejagt! Was? Nein! Oh, ich geh reparieren! Was hast du denn gemacht? Oh, shit! Guck mal! Ich hab was gefunden! Was sind das? Knudeln! Ich hab eine leichte halbe Drehung! Ich hab eine leichte halbe Drehung! Ja, sorry! Ich hab eine leichte halbe Drehung! Ich hab eine leichte halbe Drehung! Ja, sorry! Ich versuch's doch! Warten sind das! Magst du die essen? Ich kann die essen! Ich hab sie gerne! Wir waren schon fast genug! Dann bin ich doch dabei! Was? Oh, ich hab die... Ich hab von oben auf die Karte geguckt! Du hast alles gekostet! Du hast ein grünes Gesicht! Du hast sie angekostet! Ich hab die Karte überkostet! Das war der Karte! Wer kotzt denn? Von euch? Nee! Jetzt geht sie wieder! Sie ist wieder normal! Geht wieder? Alles gut? Ja! Wie hast du denn das gemacht? Wie hast du denn das gemacht? Ich hab mir irgendwelche weißen Nudeln in den Mund gesteckt! Na ja, Leute! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Wenn ihr in der nächsten Folge sehen wollt, wie wir einen Kragen finden und anderen Gegnern tolle Geschenke machen bzw. ich, dann lasst einen Huf nach oben da! Checkt auf jeden Fall Eddy ab, den LikeMyStyle und den Michaels alle unten in der Beschreibung! Die kenn ich schon am längsten als Aufnahmepartner und als Homies! Deswegen lasst Liebe da und checkt alle Instagram-Accounts ab und macht Fanarts! Wir sagen wie immer Ade mit E! Maschee! Sehr gut!